Erfolg bedeutet für mich, dass jeder Einzelne von euch am Abend im Bett liegt, über den Tag nachdenkt und sagt, wow, das war ein richtig guter Tag. Kein Talent zu haben bedeutet nur eines. Wenn Sie etwas wirklich wollen, üben Sie. Du bist nichts. Du kannst nichts. Aus dir wird nie was werden. Kannst du gar nichts richtig machen? Lass das. Das wird ja sowieso nichts. Das schaffst du nie. Mädchen können das nicht. Nie kann man sich auf dich verlassen. Und du willst mal ein Mann werden? So ein dummes Kind habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du bist schlecht. Du bist wie dein Vater. Taugst auch nichts. Geh mir aus den Augen. Ich will dich nie wiedersehen. Du bist schlecht. Aus dir wird nie was werden. Ach, lass das. Das wird doch sowieso nichts. Mädchen könnten das nicht. Kannst du denn gar nichts richtig machen? Geh mir aus den Augen. Ich will dich nie wiedersehen. Geh mir aus den Augen. Ich will dich nie wiedersehen. Die meisten dieser Sätze haben meine Jugend und meine Kindheit begleitet. Und vielleicht hat der eine von euch einen Satz wiedererkannt, weil ihn seine Mutter gesagt hat. Oder eure Lehrer. Mich haben diese Sätze 18 Jahre meines Lebens begleitet. Doch interessant ist, dass es gar nicht so wichtig ist, was uns zustößt. Es ist dagegen viel, viel wichtiger, wie wir damit umgehen. Und in den letzten 30 Jahren habe ich mich darum gekümmert, erfolgreich zu werden. Es stellt sich die Frage, was ist denn Erfolg? Ich bin Mutter von drei Kindern und vor längerer Zeit saß ich mit meinem Sohn, Tom heißt er, er ist Malergeselle, in einem Gasthaus. Und wir haben uns unterhalten und Mütter bohren dann gern mal in den Wunden. Und ich habe so nachgefragt, sag mal Tom, wie sieht es denn aus mit deiner Meisterprüfung? Tom lehnte sich genüsslich in seinen Stuhl zurück, strahlt mich an und sagt, Mama, Meisterprüfung ist nicht so mein Ding. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, dass ich nicht erfolgreich bin, aber das stimmt nicht. Ich liebe meinen Job und das sieht man. Meine Kollegen mögen mich ganz gerne und wenn ich mal einen Auftrag für einen Kunden erfüllt habe und er braucht mich wieder oder er braucht wieder eine Malerarbeit, dann werde ich gerufen. Vor zwei Jahren war ich in Berlin und sollte einen Vortrag halten und bevor ich diesen Vortrag gehalten habe, bin ich in einem Restaurant zum Essen gegangen. Speaker kriegen immer nie was zu essen, wenn die anderen essen, weil die ja reden müssen, ne? Guckt euch um. Und ich saß in diesem Café und wartete auf mein Essen und neben mir war eine Baustelle, neben diesem Café und da waren fünf Bauarbeiter, die einen großen Quader versucht haben, die Straße entlang zu zerren, um ihn in einen Container zu schmeißen. Der Container war ungefähr so hoch über der Straße und dieser Quader war so schwer, dass sie zerrten und zurrten und schubsten und es war heiß und der Schweiß lief ihnen runter und sie legten den Quader vor diesen Container und jetzt sollte er in den Container herein und sie haben unter die vier Ecken ein Brett gemacht mit Rädern und während sie es anschoben, hatten sie auch zwischen Container und Straße nochmal ein Brett als Brücke gelegt und sie schoben und sie zerrten und sie lachten dabei und plötzlich tat es einen unglaublichen Knall. Das Brett brach zusammen, der Quader lag platt auf der Erde und sie schmissen sich regelrecht dazu und lachten sich halbtot. Die haben so viel gelacht, ich rief die Kellnerin und sagte zu ihr, bringen Sie den Herrn doch bitte fünf Spezies. Sie guckte mich ganz komisch an und ich sagte, keine Sorge, ich zahle schon. Und es hat ein bisschen gedauert, bis sie rauskam mit einem Tablett mit fünf Spezies und in dem Moment, wo sie kam, war das letzte Zentimeter von diesem Quader endlich in diesem Container. Und sie gab ihnen die fünf Spezies und einer prostete rüber und sagt, na, macht es Ihnen Spaß, uns bei der Arbeit zuzusehen? Und ich meinte, ja, es hat mir eine unglaubliche Freude gemacht, Menschen, und sind wir uns mal ehrlich, die nicht so dicke Gehälter bekommen, mit so viel Freude eine so harte Arbeit erledigt zu sehen. Als ich 27 Jahre jung war, war ich alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Und ich dachte mir, es wird Zeit, dass ich wieder einen Partner kennenlerne und gab eine Anzeige auf. Eine Heiratsanzeige. Ich dachte mir, ein Lebenspartner, ein Ehemann wäre doch schön. Und ich habe in dieser Anzeige ganz deutlich geschrieben, dass ich alleinerziehende Mutter von drei Kindern bin. Und es haben sich einige gemeldet. Ich hatte einige Dates. Und ich war total fasziniert. Die meisten dieser Männer waren 40 bis 45 Jahre jung. Und wir sind Abendessen gegangen, haben uns unterhalten. Und ich habe sie gefragt, sag mal, warum? Nee, wollt ihr eine Frau mit drei Kindern? Also jeden Einzelnen. Und ich fasse das mal mit meinen Worten zusammen. Sie haben mir erklärt, wir haben jetzt 20, 25 Jahre lang hart gearbeitet. Wir haben tolle Positionen erreicht. Hauptabteilungsleiter, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender. Wir haben die großen Gehälter, um meine Mutter mit drei Kindern gut ernähren zu können. Du bist noch jung genug. Wir könnten noch ein Kind kriegen, am besten ein Sohn. Und dann wäre die Welt rund. Damit es kein Missverständnis gibt. Ich verurteile das nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Sie wollten gerne ein gemachtes Nest kaufen. Und das ist okay. Das kann man tun. Nur was ist jetzt Erfolg? Das, was mein Sohn meinte, dass ich denke, was Erfolg bedeutet, nämlich Titel, Meisterprüfung oder Ähnliches zu machen. Das, was die Bauarbeiter mir gezeigt haben, nämlich Spaß bei der Arbeit zu haben, egal wie hart sie ist. Oder das, was meine Dates mir zeigen. Erst ganz viele Jahre hart arbeiten, etwas erreichen, Geld verdienen, eine Position zu bekommen und dann eine Familie kaufen. Erfolg ist für mich etwas ganz anderes. Erfolg bedeutet für mich, dass jeder Einzelne von euch am Abend im Bett liegt, über den Tag nachdenkt und sagt, wow, das war ein richtig guter Tag. Und desto öfter ihr das tun könnt, desto erfolgreicher seid ihr in meinen Augen. Nur was dann passieren muss an diesem Tag, damit du sagst, hey, so ein toller Tag. Oder damit du sagst, das ist wirklich ein toller Tag gewesen. Oder du, das kann ich doch nicht vorgeben, das kann ich doch nicht bestimmen, das kann nur jeder Einzelne von euch. Erfolg ist das, was ihr bestimmt und was euch hilft, so oft wie möglich zu sagen, wow, das war ein richtig guter Tag. Was hindert uns manchmal daran? Ich habe manche Männer in meinen Dates getroffen, die konnten nicht tanzen. Und sie haben mir erklärt, ich kann nicht tanzen, ich habe zwei linke Füge für sie. Ich habe überhaupt kein Talent gehabt. Du hättest mal meinen Vater sehen sollen, der ist mehr über die Bühne beziehungsweise über den Tanzboden gestolpert als geschwebt. Ich persönlich kann nicht singen. Wenn ich Happy Birthday anstimme bei uns in der Firma, dann lachen sich alle kringlich, weil ich immer den falschen Ton erwischt. Ich habe kein Talent von meiner Mutter geerbt, habe ich nicht. Ich habe im Bayerischen Wald gelebt, da hatte ich eine Freundin, die sollte eine Fremdsprache lernen. Ihre Ausrede war, mein Opa hat schon immer gesagt, wir können Bordisch und wenn wir unbedingt eine Fremdsprache lernen müssen, dann halt Hochdeutsch. Wie ist das so mit dem Talent? David Schenk schreibt in seinem Buch Der Erfolg in dir ein Experiment von Eleonora McGuire. Eleonora McGuire ist Neurologin und sie hat Londoner Taxifahrer in ein MRT gelegt. Und sie hat die Köpfe der Londoner Taxifahrer gescannt. Und man müsste vielleicht wissen, ein Londoner Taxifahrer hat eine ganz große Herausforderung. In London gibt es nämlich 20.000 Straßen, die in 1.500 Jahren zu einem Virenstraßennetz zusammengewachsen sind, wo die meisten Straßen entweder an einem Park, an einem Schloss oder an einem Denkmal ändern. Und wenn man dieses Straßennetz mal im Kopf hat, dann kennt man the knowledge und dann ist man wirklich stolz auf sich. Und sie hat also diese Taxifahrer ins MRT gelegt und hat festgestellt, dass die Hippocampi der Taxifahrer, die liegen hier im Kopf und sind für räumliche Vorstellungskabel, Größe sind, als die Hippocampi anderer Londoner Bürger. Und dann war sofort die Idee da, ah, das liegt vielleicht daran, dass die ein Talent haben dafür, diese Straßennetze zu erkennen, deswegen ist ihr Hippocampi ja auch größer. Also die Talentiertesten sind eben Taxifahrer geworden. Aber mit so einer einfachen Erklärung wollte sich McGuire nicht zufrieden geben und deswegen hat sie Londoner Taxifahrer in MRTs gelegt, die zwei bis drei Jahre Taxifahrer waren, zehn bis zwölf Jahre Taxifahrer waren und mehr als 20 Jahre Taxifahrer waren. Talent ist etwas Relatives. McGuire hat uns nämlich gezeigt, dass man tatsächlich Talent fördern kann, trainieren kann und wachsen kann. Und ich habe euch mal zwei Zitate mitgebracht. Und zwar hat Alfred Binet gesagt, Alfred Binet ist der originäre Erfinder des Intelligenztestes, des ersten Intelligenztestes. Manche Menschen behaupten ja, die Intelligenz eines Individuums sei eine konstante Größe, die man nicht steigern könne. Gegen diesen brutalen Pessimismus müssen wir Einspruch erheben. Und er hat das schon 1909 erkannt. Seit den Untersuchungen von McGuire weiß man, dass heute nicht mehr gilt Umwelt plus Gene, heute gilt Umwelt mal Gene. Sie haben also alle Möglichkeiten, dieser Welt etwas zu verändern. Und dafür gibt es noch eine Reihe von Beweisen. Zum Beispiel Menschen, die als Erwachsene blind werden, lernen die Blindenschrift und lernen plötzlich, sich in einer Umgebung zu, ohne dass sie etwas sehen können, zu orientieren, zu leben, zu existieren, wieder Geld zu verdienen. Oder Schlaganfallpatienten, wo vielleicht bestimmte Areale im Gehirn abgestorben sind durch den Schlaganfall. Neue Areale bilden die gleichen Stärken, die sie da verloren haben. Und deswegen sagt Leon Eisenberg, er ist Psychologe an der Harvard University, der Cortex, also unser Gehirn, hat die bemerkenswerte Fähigkeit, sich nach Veränderungen der Umwelt anzupassen. Deswegen die allerschlechterste Nachricht heute Abend. Kein Talent zu haben, ist keine Ausrede mehr. Kein Talent zu haben, bedeutet nur eines. Wenn Sie etwas wirklich wollen, üben Sie. Üben Sie nochmal. Habe ich schon erwähnt, üben Sie. Denn üben würde Sie dahin bringen, das zu erlernen, zu können, was Sie erlernen wollen. Wer war denn schon mal verliebt von Ihnen? Wer war denn vor seinem 15. Lebensjahr verliebt? Okay. Wer nach dem 17. Lebensjahr? Und wer von Ihnen hat diese Liebe geheiratet? Oh, gibt es. Jemand, der seine Sandkastenliebe geheiratet hatte. Super. Sehr schön. Aber die meisten von Ihnen haben dann auch das erlebt, was nach einer ersten Liebe oft passiert. Es ging auseinander. Jetzt mal so ganz unter uns. Sie sind also offensichtlich gescheitert. Mit dieser ersten Liebe. Also ich persönlich musste es fünfmal probieren. Das erste Mal war es eine Urlaubsliebe und da habe ich meine Tochter mitgebracht. Das zweite Mal war er sein Arbeitskollege. Er wurde dann der Vater meiner Kinder und ist später verstorben. Das dritte Mal war es ein Anhalter. Wir haben uns acht Jahre ein gemeinsames Leben verbracht. Das vierte Mal war eine Disco-Bekanntschaft. Ich habe mich unsterblich verliebt. Es war eine große Liebe. Beim fünften Mal war ich ein bisschen stauer. Ich habe das Ganze strukturiert angegangen und kann heute auf 16 Jahre Liebe zurückblicken. Danke, Oliver, für die schöne Zeit. Was wäre passiert, wenn Sie damals, als die erste Liebe zu Ende war, aufgehört hätten oder ich aufgehört hätte zu sagen, mein Gott, die erste Liebe hat nicht funktioniert. Wir lassen es einfach. Ich werde heute in meinem Zimmer sitzen, viele Falten im Gesicht haben, böse mit der Welt sein, ganz besonders böse natürlich mit den Männern und die Männer wären wahrscheinlich ganz böse mit Frauen. Wir wären verhärmt, wir wären unglücklich, aber stattdessen haben wir unsere Wunden geleckt, sind wieder aufgestanden und haben uns halt wieder verliebt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen, wenn sie große Dinge, in großen Dingen scheitern, ihre Wunden lecken und wieder aufstehen. Wenn wir einen Lebenspartner verloren haben oder ein anderes Familienmitglied verstorben ist, das uns sehr wichtig war, dann packen es die meisten wieder an. Wir kämpfen gegen Krankheiten wie Leukämie, wie Krebs, packen es wieder an. Menschen haben Unfälle, verlieren ein Bein, verlieren einen Arm, packen es wieder an. Bauer Olympus ist ein wunderbares Beispiel dafür. Aber scheitern tun wir bei den Kleinigkeiten im Alltag. Da hat ihnen jemand eine Adresse gegeben und hat gesagt, wenn du diese Adresse nimmst, dann wird sie diese Person irgendwo in deinem Leben, in deinen Zielen weiterbringen. Wir haben diese Adresse verlegt und haben gesagt, naja, sollte wohl nicht sein. Oder als ich 19 war, wollte ich Operator werden, IT-Operator. Man muss bedenken, das war vor 30 Jahren. Ich hatte schon einige Erfahrungen in der IT. Ich machte eine Aufnahmeprüfung viel bei der Mathematik durch und habe es nie wieder versucht. Vielleicht, wenn ich es angepackt hätte. wäre ich heute ein toller Operator. Scheitern gehört dazu. Oder Sie sind seit ein paar Jahren in einer Firma und es war am Anfang ziemlich interessant und spannend und seit einiger Zeit denken Sie darüber nach. Jetzt wäre es mal Zeit, was zu wechseln, den nächsten Schritt zu gehen und Sie machen ein, zwei Bewerbungen. Sie haben vielleicht einen Traumjob in der Zeitung gelesen oder heute eher im Internet und dann kommt eine Absage und dann denken wir, na, lieber nicht. Wahrscheinlich braucht der Arbeitsmarkt mich nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Die gute Nachricht heute Abend ist, in vielen Fällen gehört Scheitern zum Erfolg dazu. Stehen Sie wieder auf, lecken Sie sich Ihre Wunden und dann geht es wieder los. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, genauso wie damals nicht, als die erste Liebe auseinandergegangen ist. Und eine meiner Lieblingsserien ist Hawaii Five-O. Und Hawaii Five-O, da gibt es eine Hauptdarstellerin, also eine der Hauptdarstellerinnen und sie ist seit 20 Jahren bei der Navy und sie bekommt ein Angebot von der freien Wirtschaft, wo sie sehr viel mehr Geld verdient und einen viel spannenderen Job hätte und sie hat Angst und sie sitzt abends mit dem Hauptdarsteller vorm Kamin, wie das in so Serien ist, Glas Wein in der Hand und gemütlich und kuschelig und sie sagt zu ihm, weißt du, ich bin seit 20 Jahren bei der Navy. Ich weiß genau, welche Uniform zu welchem Anlass ich tragen muss. Ich habe meine Tagesbefehle, meine Wochenbefehle, meine Monatsbefehle, ich kann da nichts falsch machen. Ja, ich weiß sogar wenig, wie, wann und warum grüßen muss und jetzt soll ich all diesen ganzen sicheren Rahmen loslassen, soll rausgehen in die freie Marktwirtschaft. Ich habe Angst. Ich weiß, keiner von euch ist bei der Navy. Aber wie sehen denn eure sicheren Rahmen aus? Ist es der Arbeitsvertrag, der euch jeden Morgen zeigt, wo ihr hinfahren müsst? Ist es der Trauschein, der euch abends wieder den Weg zurück zeigt und euch erklärt, welche Frau oder welchen Mann ihr küssen sollt? Oder sind es die Geburtsurkunden, wo ihr dann wisst, wo ihr euer Geld hinbringt, das ihr morgens hart verdient habt, nämlich in Schulen, in Kleidung, in die vielen Eier, die Kinder so brauchen, iMacs, iPads, iPhones? Keine Sorge, ich möchte keinen von euch sagen, er soll jetzt nach Hause fahren und seinen Arbeitsvertrag zerreißen, den Trauschein in den Schretter schmeißen und die Kinder zur Adoption freizugeben. Was ich euch gerne sagen möchte ist, dass ihr jeden Morgen die Freiheit habt, wieder neu zu wählen. Ihr könnt jeden Morgen neu entscheiden, ob ihr das, was ihr gerade getan habt, weiterhin tun wollt. Und umso mehr solltet ihr das entscheiden, desto unglücklicher ihr vielleicht mit den Dingen seid, in denen ihr gerade steckt, in diesen sogenannten sicheren Rahmen. Wenn ihr seit ein paar Tagen unglücklich seid, wenn ihr seit ein paar Wochen unglücklich seid, vielleicht seid ihr sogar schon seit ein paar Monaten unglücklich. Vielleicht seit ein paar Jahren. Das ist die Basis, um krank zu werden. Jetzt habt ihr die Entscheidungsmöglichkeit, zu entscheiden, es zu verändern. Was ihr dazu braucht, ist den Mut. Denn ihr habt nur dieses eine Leben. Und was euch immer andere Menschen erzählen mögen, vielleicht gibt es danach noch etwas. Aber eines ist ganz sicher, dieses eine Leben habt ihr jetzt. Und das Tolle daran ist, alles, was ihr dazu braucht, um das zu erreichen, was ihr erreichen möchtet. Alles das tragt ihr in euch. Das ist da. Das könnt ihr schaffen. Ihr braucht nur eine einzige Sache. Zu wissen, dass es dieses Leben für euch ist, dass es für euch da ist, dass ihr nutzen könnt, dass ihr benutzen sollt, dass ihr ausleben sollt, dass ihr erfüllen sollt. Denn ihr seid das Beste, was euch heute, morgen und für den Rest eures Lebens passieren konnte. Dankeschön. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.